Streck die Beine durch, komm weiter nach vorne, atme aus, lauf ein Stück, dann atme ein und dann zieh die erste Ferse nach oben. Yes. Ja, jetzt der andere Fuß. Atme, atme, Mula Banda, Beine geschlossen. Beide Beine geschlossen. Atme. Atme, drück in den Boden, die Unterarme in den Boden drücken. Power. Atme, Ujjayi. Denk dran, dass du auch Atem brauchst, um runter zu kommen.